Wie sehr freut es Sie für Dante, dass er getroffen hat? Ich sag's Ihnen, wie es ist. Es ist mir scheißegal. Wenn es der Brauers gemacht hätte oder unser Keeper, würde ich mich genauso für die freuen wie für Dante. Aber, ja. Wie sehr freuen Sie sich? Ich freue mich sehr. Okay? Gut. Hör auf, du Mist.